so hallo leute noch mal wir hatten schon eine aufnahme aber ich habe außerdem den richtigen namen von paranormal gesagt die gerade neben mir sitzt und spielt leider ja die aufnahme war so gut und dann habe ich den namen gesagt und es erst naja später gemerkt naja ich fange jetzt meine liebe an warte ich muss erst die kopfhörer melodramatisch aufsetzen was eigentlich sein soll sein lassen sollten wir haben das intro am anfang gemacht das spiel startet sofort hatte ja gerade gesehen also es kommt nicht mehr slender der eck pages und paranormal ich fasse jetzt auf habe ich schon zwei Seiten Leider aber nicht wieder alles und wollen das gute ist du hast wieder null und Slender kann ich nicht finden na gut er kann er ist schon jetzt schon auf der Suche weil ich hab mal gesehen da haben Leute gespielt und die hatten null seiten und sind trotzdem gestorben aber man kann doch einfach so im Wald laufen muss naja dann passiert das wie bei den Leuten die sterben nach einer Stunde los ja stimmt das habe ich in einem anderen Video gesagt du bist an der Röhre vorbeigelaufen ja aber ich glaube da gibt es kein Zettel mehr naja schade ähm nachzuschauen kostet ja nichts siehst du always swatches no ice fertig schieben ich glaube Slender schreibt die Zettel bin mir nicht sicher nimm 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 yeah du hast sie Herzklopfen Herzklopfen es geht wieder von vorne los es fängt wieder an mit den Herzklopfen ähm genau was wir euch erzählen wollten das habe ich im letzten Video schon erwähnt jetzt muss ich es wieder erwähnen weil naja Pfanne ähm schreibt mal in den Kommentaren ob ihr wollt dass ich und Paranormal ein Spiel spielen mit sehr viel Musik und immer wenn Musik kommt wir ein Lied singen also ein Spielemusik schreibt mal ob ihr das in den Kommentaren ob ihr das wollt na aufgeregt und wir warnen euch wieder einmal vor ich gehöre zu den schlechten Sängern ich auch wir gehören zu den schlechten Sängern also wundt euch nicht wenn wir ein bisschen quietschen oder schlechte Töne treffen oder allgemein wenn wir schlechte Töne treffen und wenn ihr Ohrenkrebs bekommt wir haben keine Haftung dafür ist ja nicht so dass wir gesungen haben nein niemals so etwas wird nie tun so sollten wir das tun eben wir singen nur wenn ihr es wollt und da ist er Lauf Lauf er steht links von dir hast du ihn gesehen? nein die Zuschauer haben ihn gesehen echt? ja nicht umdrehen er stand nämlich gerade links von dir ich drehe mich um bist du blöd? äh Entschuldigung was ich gesagt habe ich glaube der ist wieder weg komm tada äh tada tata äh ihr wisst was ich meine ok paranormal folgender Plan du drehst dich nicht um sonst passiert dasselbe was mir passiert ist aber ich will mich um sein ja nähe seine langen Arme für so eine schöne Umarmung ja ich drehe mich um ok dann stirbst du aber schon bei einer Seite und das Ziel ist es ja ähm den Rekord des anderen zu brechen hä wo ist er? so ich sehe nicht weiter ich muss er nicht vorbeigelaufen ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ja du bist mir gerade links mit deinem Baum ach lauf einfach weiter er verschwindet ich glaube jetzt verschwindet er wieder grissel 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 und senf boah ich gehe lieber nicht da rein ja ja er hat dich jetzt schon auf dem Radar und mein Hals tut völlig weh wieso kann man nicht aus diesem Wald ausrennen also nicht in diesem Wald sein naja weil der Wald eingezäunt ist du kommst nicht mehr raus und selbst wenn ich kann über dem Zaun springen ich glaube es allen Ernstes ist diese Person kann so hoch springen geschweige denn klettern aber es gibt ein paar Leute die können nicht klettern zu denen ich zugegebenermaßen zähle ich kann nicht klettern ich kann nur ein bisschen klettern aber ich glaube nicht dass ich wenn ich jetzt echt hier wäre oh oh Gott dann bin ich sowas von tot bist du nicht happy? du bist immer so happy ja ich wäre happy aber dann bin ich so gut wie tot weil ich ja so happy bin das hat zwar kein ja eben das hat keinen Zusammenhang aber hauptsache wir sind alle glücklich so happy so happy ja ok wenn wenn wir dieses Spielemusical machen müssen wir Gesangsunterricht nehmen nicht dass die anderen auf einmal ah 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 auf einmal habe ich gesagt sie soll es tun Ihre Ohrenkrebs bekommen wie du schon gesagt hast ich frage mich wie Ohrenkrebs ausschaut ah ja stimmt solche roten riesen Luftballons und dann fragt er eine so hey alter was hast du an deinen Ohren äh nein warum hast du an deinen Ohren Luftballons und er so das sind nicht Luftballons das sind meine Ohren oh hey alter was ist mit deinen Ohren okay jetzt halten wir uns lieber auf das eigentliche kommentieren hast du Herzklopfen Herzklopfen und es boomt in deinen geilen Rhythmus habe ich jetzt schon zwei Zettel oder eins einen echt ja du hast bis jetzt nur eine genommen da ist der Baum der Baum der Baum weiß der Zettel hieß always watches no ice no ice es ist keine Augen ich frage mich wie man leben kann wie man keinen Mund hat keine Nase keine Augen keine Ohren ich meine da ist eine Seite glaube ich oh ja da ist eine Seite cool ich meine ohne Augen kannst du als erstes nichts sehen ohne Mund kannst du als erstes nichts essen und trinken ähm ohne Nase kannst du als erstes nicht atmen und ohne Ohren kannst du nichts hören ich meine wie kann man da leben weißt du weißt du das ist schon besonders can't run can't run kann nicht rennen oh ich kann rennen nein nein und Herzklopfen Wind Herzklopfen ist es immer noch es ändert sich einfach nicht keine Ahnung obwohl es mittlerweile wie eine Trommel klingt Tete Tung 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 da ist das Auto los wir können wegfahren halt warte wir haben ja im letzten Video gesagt stell dir mal vor wie Slender Auto fährt wie das wohl aussieht das ist dein Auto krass damit fährt Slender jetzt stellt euch mal vor ihr trifft Slender auf der Autobahn hey weck da damit ein Arm push ach schon besser und da ist eine Seite leave me alone lass mich allein und Herzklopfen er stand da gerade links ich habe seine Hand gesehen jetzt ist es dieses Lauf 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 kein Lauf 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 hey hey an alle Deutsche zwei Außenländer essen euer Lieblingsgericht ha okay das war jetzt wirklich fies aber wir dürfen das weil wir werden auch andauernd beleidigt weil wir nicht aus Deutschland sind ja und jetzt essen wir wir haben schon ich habe schon meinen Nachttisch gegessen das war so Stratiatella Joghurt und die Irren isst sie jetzt gerade mmmm okay das ist jetzt gemein von uns ich glaube das ist eine kurze Folge und wenn nicht aber ich glaube jeder kann Stratiatella Joghurt kaufen ja stimmt aber nicht so unguten mmmm so lecker okay hören wir mal auf damit sonst gibt es ein paar Probleme äh was ich noch sagen wollte ähm es schauen voll viele und voll ja voll viele voll wenige unsere Videos und wenn ihr welche kennt die auch einen Computer haben und auch so Internet besitzen weil manche haben Computer aber kein Internet dann sagt denen bitte mal Bescheid weil zwei Klicks pro Video das muss mehr werden ja und bitte 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 ich bitte euch dass ihr bitte uns abonniert ich glaube ich glaube sie können unsere Stimmen unterscheiden hm weil ich habe ja so eine Stimme ja aber ich will unbedingt dass ihr uns abonniert das ist für mich wichtig sehr wichtig wir müssen so weit kommen wie Kronk weil eines Tages wenn wir es so weit schaffen wenn wir es mit euch so weit schaffen dann werden wir eines Tages ein Video machen mit Kronk mit ihnen zusammen und ihr möchtet doch alle hören was wir so zu besprechen haben also was wir alles sagen werden welches Spiel wir äh spielen werden und denkt immer daran ihr habt ihr habt uns daran gebracht dass wir so weit gekommen sind ihr habt die Macht uns ihr habt die Macht alles zu schaffen es ist ja bereits bewiesen dass Leute im Internet sehr laut sein können auch wenn sie nicht reden sondern eher schreiben aber wir sind laut und deswegen es ist denn es liegt in unserer Hand die Welt zu verändern und jetzt sagen wir tschüss tschüss bis zum nächsten Video wenn wir es schaffen aber ich glaube schon ich glaube schon und dann bin ich dran ja naja wehe das Video ist über 15 Minuten dann hau ich dich nein nein dann hau ich dich wie das und bitte abonniert mich das ist mein letzter Satz wie das uns okay tschüss warte 1 2 3 dann sagen wir uns zusammen tschüss tschüss